Musik 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 Wie ich sehe war Ripper Ruh wieder mal keine echte Herausforderung Aber kommen wir zur Sache Es sind noch Kristalle zu sammeln, genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen Crash, bist du da? Ich hab mich schon überall versucht. Ich hab nicht viel Zeit dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten Crash, Kinder auf 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.